Rentner jubeln. Massive Steuersenkung von bis zu 1.500 Euro soll im Jahr 2023 kommen. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Bundestag hat weitreichende steuerliche Veränderungen im Jahr 2023 beschlossen. Davon profitieren auch viele Millionen Rentnerinnen und Rentner. Zum 01.01.2023 wird der Grundfreibetrag auf 10.908 Euro angehoben. Das sind 561 Euro mehr als im Jahr 2022. Gleichzeitig werden auch noch die sogenannten Tarifzonen verschoben. Den Hintergrund erkläre ich gleich, was es damit auf sich hat. Insgesamt gelten ab 2023 fünf Tarifzonen. Die erste Tarifzone betrifft 0 Euro bis 10.908 Euro mit einem Steuersatzsteuerquote von 0%. Die zweite Tarifzone sind 10.909 Euro bis 15.999 Euro. Das ist die Tarifzone 2 und dort geht es mit einem Eingangssteuersatz von 14% los. Und der steigt dann bei bis zu 15.999 Euro auf 24% an. In der Tarifzone 3 geht es von 16.000 Euro auf 62.809 Euro nach oben. Und da haben wir dann praktisch eine steuerliche Belastung von ab 24% bis zum Spitzensteuersatz 42%. Dann die Tarifzone 4 von 62.810 Euro bis 277.825 Euro. Da verbleibt es linear bei 42% Spitzensteuersatz. Und wer ab 277.826 Euro ein zu versteuerndes Einkommen ab 2023 hat, muss dann noch 3% obendrauf packen. Nämlich 45% reichen Steuersatz. Die von mir genannten Werte gelten nur für Single. Für Verheiratete muss man diese Werte einfach mal 2 nehmen oder verdoppeln. Welche Bedeutung haben nun diese neuen Tarifzonen und das ist eigentlich das ganz Entscheidende. Und deshalb können wir auch wirklich sagen, dass hier möglicherweise eine große steuerliche Entlastung für den einen oder anderen dabei rauskommt. Von Ihrem Jahreseinkommen werden Freibeträge, Verluste, absetzbare Vorsorgeaufwendungen usw. abgezogen. Krankenkassenbeiträge, das kennen Sie alles. Und davon bleibt dann das zu versteuernde Einkommen übrig. Und von Ihrem zu versteuernden Einkommen sind ab 2023 10.908 Euro für ledige steuerfrei. Ab 2024 sind es dann sogar 11.602 Euro steuerfreies Einkommen. Die sogenannte Verschiebung nach rechts der Tarifzonen und die Anhebung des Grundfreibetrages von 10.908 Euro im Jahr 2023 und im Jahr 2024 auf 11.604 Euro oder 602 Euro, ist jetzt auch nicht so schlimm, wird die sogenannte kalte Progression bekämpfen, von der auch viele Rentnerinnen und Rentner gerade mit kleineren Einkommen oder kleineren zu versteuernden Einkommen doch in größerem Maße betroffen sind. Von der Verschiebung der Steuerzonen werden so die Aussagen des Finanzministers Lindners auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen rund 48 Millionen steuerpflichtige Bürgerinnen und Bürger, unter anderem Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Rentnerinnen und Rentner, Unternehmen, Kleingewerbetreibende usw. profitieren. Bewusst ausgenommen davon sind jedoch besonders hohe Einkünfte, die dann mit dem reichen Steuersatz von 45 Prozent besteuert werden. Mit den Änderungen werden nicht nur steuerliche Mehrbelastungen abgebaut, sondern für zahlreiche Menschen bedeuten diese Änderungen auch weniger Verwaltungsaufwand. So sagt Lindner oder das Bundesministerium für Finanzen auf seiner Homepage, für viele Bürgerinnen und Bürger fällt damit auch die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung weg. Das betrifft unter anderem auch zahlreiche Rentnerinnen und Rentner. Nach ersten Berechnungen des Finanzministeriums werden die niedrigsten zu versteuernden Einkommen, also bei gut 15.000 Euro zu versteuernden Einkommen, am meisten entlastet. Die Rede ist von bis zu 10 Prozent. Das macht also bei 15.000 Euro 1.500 Euro weniger Steuern im Jahr aus. Das finde ich ist schon eine enorme Entlastung. Die Höhe der Einkünfte sind, je höher die Einkünfte sind, umso niedriger sind dann auch die Entlastungen. So sagt es eine entsprechende Tabelle des Bundesfinanzministeriums. Wenn das so kommt, wäre es wirklich eine Menge an weniger Steuern, die viele Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Einkommen zahlen müssten. Insgesamt, so schätzt das Bundesfinanzministerium, werden bei den Einzelentlastungen für alle 48 Millionen betroffenen Bürgerinnen und Bürger rund 192 Euro jährliche Entlastung bei der Steuer ab 2023 kommen. Insgesamt finde ich ein gutes Ergebnis, gerade wenn kleine und mittlere Einkommen hier tatsächlich durch den Abbau der kalten Progression entlastet werden können. Ich glaube, viele Menschen, Rentnerinnen und Rentnerinnen und Rentner in Deutschland werden sich freuen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.